Und wie jeder eine herzliche Willkommen zu Let's Play Call of Duty 2. Wir befinden uns am 29. Oktober 1942, 23 Uhr, El Alamane, Ägypten. Partly cloudy, also es ist bewölkt, es ist teilweise bewölkt. 54 Grad Fahrenheit, wir haben das verteidigt, die kleine Stadt, irgendwas so, joke point, in the enemies, manfield is my field's rich from mine, also das Minisfield ist irgendwie was, bla bla bla, und Captain Price sagt, we have got cherries outnumbers, but without a knock-safe passage, also irgendwas mit, nur wenn du das machst, bist du sicher. Ja, habe ich wie immer mal dagelassen, damit ihr pausieren könnt und ihr selbst lesen könnt, weil, wie gesagt, ich versuche es hauptsächlich zu übersetzen, aber, wie ich immer sage, Hold the line, dun, 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 von Toto. Oh, die Mission kenne ich von... von Saturn. Aber die Mission, was ich meine, die war am helllichten Tag, da fährt man auch mit einem Auto. Ah, Captain Wallcroft! Du Arschloch! Also nicht so angezogen, wir Deutscher. Ja, was muss ich denn machen? Nein, dieses Mal schieß ich dich nicht, aber euch schieß ich ab. Na ja, das hätte man mir auch sagen können, dass ich die verteidigen soll, ja! Ja, das hätte man mir auch sagen können, dass ich die verteidigen soll, ja! Gernige willst die Flak nicht starten, Ja, keine Ahnung, was ich tun soll. Natürlich, jetzt geht's. Ja, keine Ahnung, was ich? Ich habe dich, ich habe dich, du Bastard. Das dauert mir aber zu lange. Ja, das ist einfach nur verteidigen. Oh Mann, ey. Ey, das nervt schon wieder, das ist wieder so eine schwule Scheiß-Mission, ey. Nie ohne Seife waschen. Arschloch. Mann, jetzt lässt mich der da wieder nicht reingehen. Mann, ey. Mann, wir nächsten Mal. Oh, 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 oh! Was kannst du dir behalten, dein Geschenk von der deutschen Armee? Ja komm schon, ich habe keinen Bock mehr zu verteidigen. Game, save, bust. Was ist das? Wie viele kommen dann noch? So viele haben die doch gar nicht. Was ist das? Wieder auf die andere Seite rüber gehen. Da hinten fährt irgendwas. So, das war's. Ah, ich bin falsch gegangen. Was ist das? Was ist das? Oh! Ah! Da frisst meine Scheiße! Was ist das? We're at the north side of town, okay. Jetzt wird er auch verschwindet wieder. We're at the north side of town. 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 Ah, ich bin runtergefallen. Oh, Mann. Was soll denn der Kack? Oh, Mann. So schnell kann hier auch keiner reagieren. Oh, Mann. We're facing Kite arm, and the jenys are about to overrun that position. Over. Drilline King-5. Baker-60s ready to fire in the waiting course. It's over. My bloody time. Damn it, over here. Davis, get to the roof of one of these buildings. It's been to the south. Move. Davis, get your binoculars out and relay the target. It's to your target. Yes, help me. Two, zero. Know that? Shot, over. Oh, we love it. Führung von T.R.P. Ja komm schon! Ja komm schon! Ja komm schon! Futter, T-R-P! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1! Jerry! Ja komm schon! Sie werden die Kräte! Jerry, Jerry, komm schon! Oh 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 Damn it Man Was muss ich noch alles machen Oh Someone take out that tank to the southwest Oh Let's just have that lead Enemy dropped by the 88 Fire mission TRP 4 5 4 No 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 Oh Stop WIDE sparks Die Flüssigkeit ist in berthold. Die Troops von 88. Auf der links. Nein, das ist. Someone take out that tank to the south-west! Fire mission TRP! 4, 8, 7, Nova, John, einmal! Someone take out that tank to the south-west! What's the? Well, we are in the south-west side of Torn, using the artillery! What's the? What's the? What's the? What's the? I'm not out of here. I need to go to the south-west side of Torn. I'm using the artillery! What's the? You have to go to the south-west side of Torn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe keine Ahnung, was ich da tun soll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Na, jetzt habe ich verstanden, was ich tun muss. Nur die Panzer zerstören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein Panzer noch, du da hinten bist das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt muss ich das Scheißteil bewegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, das war's. Hätte man mir auch nicht gleich da erklären sollen, muss man immer lesen, Feuer. Ja, naja. Endlich, Mann. Oh, das war jetzt eine schwere Geburt. Ich sag mal wie immer, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, wie ich gefehlt habe und einfach nur ins Nichts geschossen habe mit der Artillerie. Naja, was will man tun? Falls euch Bomben gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen hoch freuen. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und falls ihr Fan von mir werden wollt auf Facebook, dann könnt ihr ja meine Facebook-Like-Seiten, also meine Facebook-Seite liken, für die, die was nicht gewusst haben, was ich meine. Und deswegen werde ich den Part jetzt beenden und im nächsten Part werden wir weiter die Deutschen aufhalten, um dort endlich mal Frieden zu schließen. Bis dann.